guten morgen und aloha hier ist frank der entspannende mitten aus den weinbergen oberhalb vom selztal und ich bin mal meinem sonnenaufgangslauf, meinem sunrise ran und die sonne ist mittlerweile wie ihr seht aufgegangen und ich stehe hier auf so einem kleinen wingerzhäuschen, das geländer könnt ihr hier sehen das war früher oft noch so dass die wingerzhäuschen auch auf dem dach dann geländer hatten und der wingerzschütze sich dort positioniert hat wenn dann die stare kamen hat er dann schreckschusspistolen bzw mit pistolen geschossen und gewehren damit die verjagt wurden heute gibt es automaten für ja viele grüße hier mitten aus rhein-hessen geiler sonnenaufgang geile wolken blauer himmel wird es heute wieder und nicht so gut für bauern und winzer und die landwirtschaft allgemein weil es sautrocken ist aber für mich als läufer genial so und ich wünsche euch noch eine schöne woche aloha und jetzt schaue ich mal in die sonne ja aloha tschüss